und wieder ein herzliches Willkommen zu Let's Play Saints Row The Third im neuen Part in dem ich ihr ankündigen werde dass ich wieder alleine zu Hause bin und dass ich aufnehmen kann wieder ziemlich lange und ich bin jetzt am überlegen ob ich mir dieses Teil hier hole diesen Stadtteil so drei Account hier muss irgendwo noch ein geheimes äh geheime Bandending sein das hole ich mir nämlich jetzt oder nee wir machen erst mal Aufträge es gibt 30 von denen Rick Miami so Karte und wir stehen vorm werden wenn sie er kommt halt haltet alle die Fresse so ich war jetzt so die nun wohl mit dem Miami Beach wo da ich das schaffe ich noch verdammte Scheiße ich hab's nicht mehr geschafft der Drucker du kommst du schneidest mich nicht gell du kleiner Sack du da hätten wir ein Fan Treffen drei nein vier fehlen uns noch dann haben wir es geschafft denn ich habe mich dazu entschlossen wie gesagt schon in den vorigen paar vorigen Parts ich werde versuchen einen 100% Run in Saints Row The Third zu machen war ja klar dass ich wieder über die bescheuerte Rampe springen darf Bäm Stuntsprünge Oh what the fuck hört's auf auf mich zu ballern ey ich bin nur der Teufel Bäm Oh what the fuck hör auf damit also dieses Boot geht schneller ab als das andere als dieses Jetski sag nicht ich kann jetzt den ganzen fucking Weg wieder da raus fahren Na ist ja klar ist ja klar dass ich das kann wo bin ich überhaupt in der Hälfte so so kriegt man auch so ein Wagen es geht wirklich mit dem der mit dem Teil wesentlich schneller langsam aber dabei geht der wirklich auch aber mach die Kackmusik aus mal ich kann das nicht leiden wenn in meinem Boot in meinen Fahrzeugen generell Kackmusik läuft ey und wenn ich endlich mal mit meiner Konsole aufnehmen kann da brauche ich aber den passenden Fernseher dazu da kommen noch andere Let's Plays also Resident Evil, GTA Alter haben sie die ins Gehirn geschissen oder irgendwie was anderes Bäm Geschafft Karte Saints Buch Ne nicht Modaufträge Zwei Boote abgeliefert Vier haben wir noch jetzt kann ich mich wieder von hier verpissen Alter Ne ich schnapp mir von denen wieder ein Boot genau wie im letzten Mal Oh what the fuck Ha ha A So boh muss ich denn hin grrr oOOOOO o shimmer O fluor oho hello Ich glaube, in der Unterführung, wo die zwei Boote waren, werde ich einen kleinen Bootswechsel machen. Denn mit so einem langsamen Gerät fahre ich nicht so gerne. Ich bin eher der faster Typ. Der schnelle, schnelle Typ. Und ich mag so langsame Sachen einfach nicht. Das geht einfach nicht. Nicht mal nach hinten gesehen. Oh, what the fuck? Was soll das werden? So, ich fahre jetzt mit diesem Teil hier. Oh, what the fuck? Das geht wesentlich mehr ab. Als erstes mache ich lieber die missratenen Dinger. Wie Boote und andere Kacke. Weil, ja. Danke dir. Die Platten habe ich auch noch toll. Soll ich in so einer Gegend einen Hubschrauber finden? Das gibt es ja nicht. Okay, so, uh, the network wants to get some brand recognition going out there. They want me to do a few of my classic catchphrases, like... Und, uh, what a country. You know, vacation, meet, sleep, all that kind of stuff. But, uh, you know, frankly, there's too many to do them all. And, uh, let's face it, folks. You know, one line of machine. Line machine, if you will. Catch-frappist. Anyway, there's too many. God, what a guy has to do. He has never addressed my cards. Hey, hier. It's hate. He's telling me when he's a little bit more rápido. Hey,ràriminator. She will only give in science words, she will give in mind. Maybe he's telling you. Amanda, Hanukia's searching for one. ein domen in dornen auge der ehrlichen kriminelle erst perfekt zum transportieren von kops oder zum abtransportieren wenn du verstehst was ich meine die kops halten normalerweise einem alten kraftwerk in sunset park bereitgestellt so und jetzt müssen wir noch ausfalten wo das alte kraftwerk ist sunset park hier das ist sunset park stick it in ich bin hier runter gesprungen Nein! Ah, da hinten, das, das kann mir doch mal jemand sagen. Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Egal, was für ein Auto, du da, du da mit dir red, ich gebe mir deinen Wagen. Ja, aber genau. Das war lustig. Hier steht doch nichts. Schon wieder eine Skifleiche, genau wie vorhin. Alter, wo ist denn dieses fucking Kraftwerk? Hier vielleicht irgendwo? Na, endlich sehe ich ihn, ey. Mann, diese verdammten Stackhorn-Kinder. Schießen da einfach auf mich, ich habe es ihnen nicht mal erlaubt. So, jetzt kaufe ich mir das mit diesen blöden Sprinten da. Fähigkeit. Da haben wir es hier, Sprinterhöhung. Länger Sprinten. 50% länger Sprinten. Das auch noch. 75% länger Sprinten. Das geht sich nicht mehr aus. So gefällt mir da schon viel eher. Das geht nicht mehr. So, und dann in den Helikopter. Wie weit ist denn das, wie weit ist denn das, wie weit ist denn das, oh, what the fuck, so weit, so weit, so weit, so weit, oh, what the fuck, willst du mich verarschen, Alter? Die fucking Wichser werde ich ja nie los. What the fuck, ich wollte das doch gar nicht, flieg doch gerade aus. Die fucking Wichser werde ich ja nie los. Boah, Mann, kann das nicht endlich kommen? Die fucking Wichser werde ich ja nie los. Die fucking Wichser werde ich ja nie los. Die fucking Wichser werde ich ja nie los. Die fucking Wichser wird ja nie los. Die fucking Wichser wird ja nie los. Nein, endlich. Arschloch. Ja, komm an da. Genau, ich mach jetzt den RIG erst fertig. Zum Jagen von Dieben auf dem Wasser ebenso wie fürs Rumtuckern. Die Mekong, Delta und Schmuggler lieben es auch im Hafen und Sierra Point findet sich immer eins. Das ist nördlich der große Statue bei der Basis der Garde. Alter, du willst mich doch wohl verarschen. Jetzt schick mich doch immer so auf die Weltreise, Alter. Fuck you, man. Fick dich, Alter. Fick dich. So weit. Na, noch mit dem Boot. Die haben sie wohl... Alter, die haben sie wohl ins Gehirn geschissen, oder was? Alter, wisst ihr... Leute, wisst ihr was? Ich werde den Weg dahin nicht zeigen. Ich werde nur zeigen, wenn ich in das Ding einsteige. Jetzt ist das schon wieder fast leer. So, hab ich Geld. Verbesserungen. Fähigkeit. Sorge das Blut von deinem menschlichen Schild aus, um ihn zu töten und dein eigenes gesunde... Oh. Das ist cool. WTF? 400 zu wenig. WTF? Das ist das letzte, was ihr sehen werdet. Oder... Oder nee. Es ist das Let's Play. Da zeigt mal alles her. Außerdem, je mehr Parts ich habe, desto besser. Habt ihr mehr zum Sehen, oder? Und Sensoris, ein cooles Spiel. Und ihr könnt weiter sehen, wie ich mich aufrege über jeden Blödsinn. Und ehrlich gesagt, ihr liebt es doch, wenn ich mich aufrege. Gebt es zu. Gebt es einfach zu. Ihr liebt es, wenn ich mich grün und blau ärgere. Aber das wird der letzte Auftrag für heute sein. Wobei. Entschuldigung. Entschuldigung. Du blöder Arsch, du hast mich gestriffen. Normalerweise steht da auf Todesurteil, aber ich bin heute gut drauf. Blöder Affe, schneidet mich da einfach. Aber bevor wir irgendwas anderes machen, machen wir die Bandoperation fertig. Mann, wieso ärgere ich mich eigentlich mit denen so rum? Mann, wieso ärgere ich mich eigentlich mit denen so rum? Mann, wieso? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt bleibe ich stehen. Ich treffe... Ich kann den nicht abschießen. Der ist unverwundbar, der Hurensohn. So, oh, urweiter Weg noch. Richtig cool wäre es, wenn das unzerstörbar wäre, das Flugzeug, aber... Ja, es ist eh schon vorbei. Brenne eh schon. Nein, da nicht. Alter Schwede, jetzt reicht's mir. Verbesserungen. Fähigkeiten, Bekanntheit, nein, Bekanntheit, Polizei. Da. Und nochmal gleich, weil's so schön war. Und noch einmal, weil's noch, nochmal so schön war. So. Aber warte, es gibt irgendwo etwas Verbesserungen, wo die Polizei, Bekanntheit, weg ist. Nee, Banden, Fahrzeuge, Kampf, nee, 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 Fähigkeit. Sprinterhöhung, nee, Taschendieb, okay. Das machen wir jetzt später. Trefft den Wichser nämlich nicht. Ihr habt's gesehen, ihr habt's gesehen, ihr habt's gesehen, ihr habt's gesehen, ihr habt das gesehen. Oh, wie weit ist das noch? Noch so weit? Das Teil fährt auch nicht mehr schnell. Oh, Gott sei Dank ist dieser scheiß Fahrtall jetzt weg. Oh nein, da oben ist er. Alter, knapp komm ich durch, knapp komm ich durch. Mit dem Schiff wär ich nicht durchgekommen. Wie war dieses denn noch? Sag nicht, dass es... Oh, naja. Okay, so war dieses auch nicht mehr. Gott sei Dank. Wieso misch ich Steak eigentlich überall ein? Er ist diese hohen Kinder. Mann, wenn ich dem Wichser gleich dauernd so viele Fahndungssternen ist, ist doch nicht möglich. Was hättest du wohl gerne? Jetzt bin ich knapp am Ziel. Ja, vorher will ich noch was machen. Gesundheit. Ja, nehmen wir das auch noch. Und das können wir nicht mehr nehmen. Jetzt ist die Gesundheit auch ganz voll. So wird das Sprinten. Ja, BAMS! Einer muss immer geben. Bis nicht ins Wasser springen. So, was hat er noch für Aufträge für uns? Rick, äh... Ja, es gibt Nachfragen nach einem Stork. Was ist das? So ein Schirr-Elikopter. Okay, Flughafen. Ja, aber natürlich dann im nächsten Part. Bis dann. Ach, ich geh doch schnell auf die Straße. Wo ist die Straße? Straße! 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 Da kann's sterben gehen. Ich will mir nämlich alles kaufen, bevor ich das Spiel beende. Das gehört nämlich zu meiner 100 Prozent, wenn ich's mache, dann auch dazu. Hier hätten wir einen Emu. Da müssen wir zerstören, dass ich so eine Errungenschaft oder so irgendwas. Und da hätten wir noch einen. Cool. Jetzt brechen wir Ihnen nicht mehr das Genick, sondern jetzt saugen wir Ihnen das Blut aus. die mit den eigenen Geschäft von mir ja das ist ziemlich weit weg die 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 Was ist hier los? Ach so, hier ist die Zombie-Apokalypse Wer sind das für ein Stadtteil überhaupt? Äh... Aha... Aha! Da komm, verpiss dich doch! Was ist denn das? Was ist denn das? 4 von 63 Sprünge geschafft? Na ja! Karte Domizil! 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 Power Slides hat wieder eine Herausforderung geschafft! Good girls kick ass! BAMS! Ich bin ein Gangster! Ich bin perfekt angepockt! Mach die fucking Tür auf, ey! Mach die fucking Tür auf, ey! So, er sagt danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part! Bis dann!